Friede diesem Haus! Die heiligen drei Könige wünschen euch allen von Herzen das göttliche Wohlgefallen. Gott wird zu den Menschen gehen. Wir haben einen Stern gesehen. Er gab's ja nicht in unserer Nacht. Im Kind hat er uns angelacht. Frieden und Wohlgefallen bietet Gott den Menschen ein. So ziehen wir von Haus zu Haus und rufen diese Botschaft aus. Alle sollen leben können und Gott ihren Vater nennen. Gott wohnt, wo die Menschen sind und jeder Mensch sein Gottes Kind. Als Bettler stehen wir hier vor euch und bitten, froh zu geben. Verschließt euch nicht, macht Gottes Gleichteil damit andere Leben. Die Gaben vergeltet der gute Gott mit langem Leben und Beistand in uns. Es wünschen euch ein gesegnetes Jahr. Kaspar, Melchior und Balthasar. Wir sind hier im Hoffnung Gottes, seine Botschaft treibt uns an. Licht und Hoffnung wollen wir geben, dass es jeder sehen kann. Dafür gehen wir auf die Straße, dafür sammeln wir das Geld. Für die Kinder gehen und sind so, verändern wir die Welt. Für die Kinder gehen und sind so, verändern wir die Welt.